Ich kam in 2003 mit der Idee, zwei Jahre zu bleiben. Jetzt sind es inmiddels beinahe 10 Jahre. Und es scheint darauf, dass ich noch lange bleiben soll. Ich versuche eigentlich zu begreifen, das Mensch sein selbst. Und zu sehen, was in den Herzen passiert, das ist eigentlich meine Passie. Was ist das? Das Maastricht-Metro hilft. Da kommt alles mit Büsse und so. Ich hatte ein bisschen verwacht, aber es wird auch nicht präzise, warum. In den Vizen, dort wird hier so viel Vize sein. Ich hatte sehr negative Erfahrungen. Meine Familie in der Ausland ist auch sehr verrasst, beinahe zuerst gestellt, dass ich immer sehr negative Erfahrungen habe. Aber nee, ich hatte das auch ein bisschen verwacht. Was wir sehr uniek in sein, in Europa, und vielleicht selbst in der Welt, ist die Setting in die die Scanners kommen. Also, ihr habt eine große Abdehlung von Top-Ondersuchern in der Herzenwissenschaften, mit verschiedenen Achtergründen. Und die beschrikken euch über so eine Infrastruktur, über so unieke Top-End-Hersenscanners. Diese Kombination, denke ich, ist beinahe uniek. Und ihr könnt hier viel Menschen helfen, die ein Injury oder so sein, abgelaufen in den Herzen und die Probleme in der Revalidation haben. Als ich dann hier einen kleinen Beitrag an kann, dann finde ich, da soll ich halt zufrieden sein. Dass es mir doch ist gelukt, alle beiden Dinge so gut zu kombinieren. Dass es weiter gut in meinem Werk zu sein ist. Dass es mich für mein Werk zu haben ist. Und auch viel Zeit und liefde für meine Kinder. Und überhaupt ein Vater zu sein, weil ich nicht wusste, was das bedeutet. Also, da bin ich wirklich trotz auf. Das ist ein gutes Glück für mich. 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 In diesem Moment hat das Glück für mich. Vielen Dank.